Ah! Oh! Ah! Nein! Was war denn das? Das ist glaube ich so ein Bergkletterer, der sich abgeseilt hat oder so. 1 zu 1? Ist das hier so akkurat? Ja ist so! Ja bisher erzählt wie der Fallschirm bei Station Zone. Ja eben, wie so einer, der sich an so ner Schnur langsam abgeseilt hat.